was geht ab youtube pascal sou bodybuilding in the building und willkommen im neuen video wie ihr schon hört ich habe den damien wieder dabei nett und falsch teil 2 oder teil 1 oder so ich weiß nicht eigentlich auch egal oder damien wie geht es dir so erst mal erst mal geht so ich hatte vorhin auch trainiert safety squat bar kniebohin gemacht auch nicht so schwer und so aber komischerweise hat auf einmal meine komplette rechte schulter und nacken irgendwie zugemacht ist immer spaßig so was einfach grundlos aber naja meinst du so wie wenn man ein auto fährt das fenster offen hat und dann so ein zug kriegt ich glaube normale menschen sagen sie kriegen doch doch das ist auch ein zukriegen aber da das glaube ich immer nicht ja ich hatte öfter mal einen zug ja ich weiß nicht irgendwie eine stressige woche ich bin frustriert über eine million aus verschiedenen gründen da werden wir bestimmt durch dieses video hindurch noch das ein oder andere mal abgrasen davon aber wir müssen ja nicht gleich mit falsch beginnen vielleicht können wir auch einfach mit nett beginnen was ist denn so was war denn so nett in den letzten tagen bei dir boah lass mir überlegen was war denn so nett oh ich krieg meine neuen in ihr kopfhörer morgen geliefert auf die ich schon ewig lange warte von custom arts die fee by black das sind custom in ears also an meine ohren angepasst du gehst zum akustiker hörakustiker oder so hörgeräte laden und sowas die machen so einen abdruck von deinen ohren und dann schickst du es da hin und die scannt das im endeffekt ab und neu haben sie jetzt eine technologie mit 3d druck und dann kriegst du halt angepasste kopfhörer wie musik auf der bühne auch das war schon immer so ein bisschen so ein kleiner traum von mir dass ich solche dinge mal ab und also komplett kabellos dann schlussendlich oder wie läuft das aber du hast ja so ein stecker den kannst du halt abmachen auch dann kannst du anderes kabel dran machen auch so ein bluetooth kabel und so aber schon verhältnismäßig günstig so um die 400 euro also früher vor ein paar jahren da war das alles noch 1000 euro plus so weißt du ja okay damals war die zeit noch besser ich habe noch ich habe noch was vergessen als wir oder wenn wir dieses mal beginnen wollte ich natürlich noch um likes betteln also smash that like button wenn euch diese folgen gefallen ein video von mir wurde gelöscht vor ein paar tagen ich bin frustriert ich brauche die likes ich brauche ich bin jung und brauche das geld folgt auch damien auf instagrams haben auch schon viele von euch nach den letzten gemacht haben soweit ich das zumindest zurückgespiegelt bekommen und ja hört immer nehmen immer in den porten rein beim letzten podcast habe ich sogar auch mal wieder dran gedacht das sagen dass die leute mal reviews schreiben sollen und liken sondern und zeug weil ich vergesse es jedes mal ja man vergisst es halt immer aber gut jetzt ja ich war gestern trainieren und habe gesquattet und es war zu schwer das video kam schon es kam letzten mittwoch ich weiß nicht wann das ja online kommt deswegen will ich da jetzt nicht mehr zu viel zu sagen aber auch ein grund warum ich frustriert bin viele andere gründe auch unser vermieter im gym fängt jetzt an sich zu beschweren dass es irgendwie doch zu laut ist eigentlich hat das ganze aber so angefangen ist tropft halt bei uns rein jeder der bei uns schon mal im gym war der weiß dass es eine alte werkstatt und da ist natürlich so dass man reintropft man nass wird wenn es draußen richtig krass regnet oder so haben wir halt angesprochen ist halt ein mangel an der mietsache aber da steht er halt so richtig gar nicht drauf und ist halt richtig mad und jetzt hat das schon irgendwie naja ich weiß es nicht ich will nicht zu viel sagen aber der ist richtig mädt weil wir einfach wollen dass wir eine trockene halle haben und das frustriert mich auch besonders wo wir gerade so viel neuen scheiß bekommen haben das eigentlich voll geil ist naja einzige lösung größeres gym hast du probleme mit feuchtigkeit in deinem geraden nicht wirklich also teilweise mal an der einen wand so ein kleines bisschen aber so an sich ist trocken ich habe das nur wirklich gemerkt so da stand so ein schrank so ewigkeiten rum vom von dem anderen mieter und den haben wir zur seite geschoben und da ist dann schon das gemerkt drunter einfach war es halt feucht aber ich mache immer wieder die matte mal hoch zum gucken ob da feuchtigkeit drunter ist und es geht eigentlich also da ist nix ist eigentlich ganz gut ich gucke mal gerade wir haben ja ich habe nebenbei ich kann heute nicht reden habe ich das gefühl auf instagram so eine umfrage gemacht mit fragen die wir mal bearbeiten können hier ich streue einfach hin und wieder mal welche ein wo wir gerade bei dem thema garagen gym equipment sind hat jemand geschrieben essentielles garagen gym equipment rogue atx strengthshop alles hinten mit einem fragezeichen und du kannst dazu glaube ich ein bisschen was besseres sagen weil du ja tatsächlich dein eigenes gym zu hause hast was du auch nur selbst nutzen hin und wieder mit kunden und bei mir ist es ja schon kommerziell vielleicht hast du da ja ich habe jetzt mein youtube channel ein bisschen gestartet so mit equipment reviews und mit stangen geht es los und dann kommen ebenso rex und so geschichten dran findet ihr genau weil ich jetzt auch schon seit über zehn jahren zu hause trainieren eigentlich immer was ich habe immer wieder mein fitnessstudio auch trainiert aber ich hatte immer mein home gym eigentlich immer gehabt das heißt garage ging es los dann war es mal in der wohnung dann war es in einer anderen wohnung und jetzt wird in der garage ja und da wurde natürlich auch sein equipment ausgetauscht und so weiter was ich direkt sagen kann was hat er gehabt atx rogue und was noch strengthshop okay das atx oder halt mega fitness shop simple products und strengthshop die haben oftmals bei diesen günstigeren linien die die auch haben das sind halt china importe und die haben da oftmals halt auch die gleichen fabriken woher gestellt wird das siehst einfach weil das gerät an sich genau gleich aussieht nur halt ein anderes logo mit drauf hat man muss sich mal überlegen was will man damit machen also wenn man nur alleine zu hause trainieren weil dann würde ich sagen ist so das meiste atx zeug schon zu krass eigentlich braucht man nicht die ganzen rock sachen eigentlich auch die sind eigentlich so für ebenso so gyms wie ihr habt gemacht und da kannst du kannst du das geld sparen und die strengthshop sachen muss ich halt sagen bin ich bisher nie so überzeugt gewesen weil alles was ich bisher von denen hatte war halt irgendwie einfach nicht so tolle qualität und trotzdem auch nicht viel günstiger als die anderen anbieter und für so homestream geschichten bin ich aktuell immer bei mega fitness shop und bei simple products und dann muss man einfach ein bisschen gucken wie viel geld wir mal investieren wichtig ist auf jeden fall eine gute langhandel das ist wirklich wichtig also da würde ich nicht sparen das ist einzige wo ich nicht sparen würde und gewichte sind gewichte wenn die ein bisschen abweichen so ist auch nicht so schlimm wenn man einfach nur trainiert ist ja egal hauptsache schwer ich habe meine ganzen metallscheiben mal abgewohnt falsch wirklich die ganzen zwanziger und die schwerste war glaube ich 20,9 die leichteste war 19,4 und ich habe die halt einfach auf meinen meine gewichtsablage so drauf gemacht dass halt vier auf der linken seite sind vier auf der rechten dass die halt zusammen dann 80 kilo ergeben weißt du so wie male drauf packt und das hat immer ausbalanciert so ja und sonst bank ja eine gute verstellbare bank ist auch nicht so günstig aber da gibt es mittlerweile ganz gute so für um die 250 euro und rack ist halt eben auch die frage willst du so ein squat rack so ein squat ständer nur oder willst du ein richtiges rack und wenn es geht würde ich immer ein rack nehmen weil das einfach mehr möglichkeiten vor allem mittlerweile mit den ganzen anbaugeschichten das ist auch ein wichtiger punkt schaut euch an was es schon für zubehör gibt für eure racks die ihr dann kaufen wollt weil damals als ich mein erstes geholt habe da gab es noch keine kein zubehör für racks da gab es einfach ein rack hast du gekauft und zwar einfach für immer so und ja da gibt es halt eben ATX hat ihre eigenen geschichten die haben halt ein anderes vierkantrohr profil wie rogue oder die meisten anderen die haben 85 mm vierkantrohr statt 75 das heißt die ganzen ATX geschichten passen nirgendwo anders dran wenn du jetzt aber rogue kaufst und du hast halt von einem günstigeren anbieter ein rack was er die gleichen maße hat dann kannst du das rogue zeug auch da dran packen das ist natürlich jetzt auch nicht schlecht also da muss man einfach ein bisschen schauen vorher was man haben möchte langfristig vor allem und dann halt nach und nach kaufen ich glaube teilweise kriegst du auch mittlerweile hier über ebay kleinanzeigen und ebay auch ganz gute home gym geschichten weil es halt sich schlecht verkauft wenn du mal was hast das kriegst du schlecht wieder los weil wer will schon komplettes home gym kaufen deswegen vor gut überlegen was ihr kaufen wollt ja ja ich sehe das eigentlich genauso also wir haben ja mit strength shop sachen gestartet und ich muss sagen also ich habe ja immer so ein bisschen strength shop gebast dafür was die qualität angeht aber man muss ja auch den kontext betrachten und bei mir im gym ist natürlich eine wesentlich höhere abnutzung einfach vorhanden weil da sind ja auch powerlifter die wirklich viele gewichte ballern und das wird jeden tag trainiert wenn man sich die sachen die wir im gym hatten die vielleicht aus den videos kennt für zuhause holt hat man da ich denke auch wesentlich länger von plus man kann natürlich auch überall ein bisschen nach basteln und irgendwie noch mal neu fest tackern wenn da irgendein belag abgeht man muss eben auch den preis im kontext halten da kann man eben nicht kommerzielles equipment erwarten für den preis jetzt haben wir natürlich auf atx vieles aufgerüstet und macht einen extrem soliden eindruck aber fast schon zu solide wie du auch gesagt hast für ein home gym wobei man es kann ja eigentlich nicht zu solide sein außer du hast natürlich deine platzprobleme und du willst eventuell sachen anbauen wo du weißt die passen vielleicht nicht oder es gibt nicht alles obwohl also ich weiß nicht bin auch ein bisschen zwiegespalten wenn man jetzt atx und rogue betrachtet ist einfach ein bisschen schwieriger verfügbar also in eu kommt es dann ja aus brüssel soweit ich weiß und die hat haben eben nicht alles was es auf dem markt gibt ansonsten müsstest du dann importieren ich weiß nicht genau wie es funktioniert wahrscheinlich auch super teuer am shipping dann und da ist atx halt cool weil die fast alles auch anbieten zum selben oder günstigeren preis leicht muss man halt sehen aber das hast du eigentlich schon richtig gesagt man kann auch wenig falsch machen und vor allem simple products ist ich denke auch sehr stark jetzt aktuell am markt dort weil die sehr viel noch mit dazu jetzt angeboten haben und die sachen haben die preise sind echt top und wie du hast auch schon gesagt ja und zwar du kannst halt nicht irgendwie twingo preise bezahlen und halten bugatti erwarten so ungefähr sondern das immer in relation setzen und wenn ich halt dann für ein squat rack 300 euro zahl statt 1000 euro dann stört es mich auch nicht wenn der lack halt schneller abplatzt und so weil dann ist es halt okay und das ist ja auch ein nutzgegenstand also von daher passt das auch was vielleicht noch ein tipp wäre für die ganzen leute die ein home gym einrichten wollen schaut euch equipment an und schafft euch equipment an was mehr als nur einen nutzen hat ja also es gibt ganz oft in den usa ist es so die kaufen sich ein reverse hyper weil sie denken das wäre jetzt voll geil für den rücken und keine ahnung was und verkaufen es danach wieder weil das ding halt nur für eine übung da ist aber halt mega viel platz braucht also von daher immer gut überlegen welchen platz habe ich was will ich alles trainieren können und kaufe ich mir jetzt ein equipment was nur eine funktion hat was dann viel platzwerk nimmt und vielleicht noch viel geld kostet ich wollte zum beispiel sehr gerne eine belt squat haben bei uns im gym da gibt es ja eine von atx aber die ist halt einfach riesig nach hinten raus und hat halt eigentlich nur die funktion dass du darin belt squats machen kannst hätten wir unendlich platz perfekt super super teil aber das ding ist so leider viel zu riesig halt für unser kleines gym und du kannst ja nicht mehr wirklich noch andere anwalt 1 von atx und das ding ist schon geil muss ich sagen also ist schon geil also auf jeden fall aber auch den gürtel der mitgeliefert wird den muss man benutzen oder halt den von spotting also kein dipgürtel das funktioniert nicht das ist sehr unangenehm du kannst aber halt auch noch ja so vorgebeugtes rudern und verschiedene geschichten kannst du schon auch noch machen ja und ja du musst ein bisschen einfallsreich sein aber du kannst dann schon noch gut ein paar sachen machen oder gerade so wenn du romanian deadlift mit einem bein machen möchtest dann machst einfach einen griff unten dran weißt du sowas geht auch ganz gut wenn man ja kein kabel zug hat zum beispiel aber ja der 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 usi von vom team insanity hat mir bei meiner fragerunde gestern die frage gestellt rogue atx oder waning belt squat oder kabuki transformer war wenn ich einen wunsch frei hätte und dann habe ich halt gesagt ich würde auf jeden fall den rogue belt squat nehmen weil der ist mit dem kabel mit dem seil der ist insgesamt auch ein bisschen kürzer also nicht ganz so viel platz weg und halt durch diese seil geschichte kannst du auch noch mal ein bisschen mehr wahrscheinlich machen weißt du auch ein bisschen flacher das nehmen und so in andere richtung ziehen und so und den von atx kenne ich ja der waning belt squat ist auch ähnlich von der mechanik her wobei waning ja mein dass man da eins zu eins übertrag hat zur kniebeuge das heißt wenn du 200 bei seinem court machst dort kannst auch 200 beugen so das war ja seine mission ja und transformer war macht mich halt nicht an weil ich habe meine selbst die squad bar und dies eigentlich optimal passt bei mir gut und deswegen da groß verstellen würde ich eh nicht ja man muss sich auch immer fragen wie viel sinn macht es denn ich kann mir schon fast eher vorstellen dass man dann jedes training da dran ein bisschen rum bastelt anstelle weil normalerweise wäre es ja so du stellst du dir einmal ein wie du sie haben möchtest und dann müsstest du erst mal eine ganze zeit so trainieren damit du den effektor durch erzielst deswegen finde ich ist es halt schon so ein spiel kam aber ich glaube ein cooler spiel kram wenn du halt viele verschiedene leute gleichzeitig also unser wir haben auch bei uns im gym jemanden der olympisches gewicht heben bei uns trainiert gibt also als kursleiter wie auch immer aus kiel und der hat da auch eine kabuki transformer bar und ist davon auch total überzeugt man schwört auch voll drauf so für seine weightlifter halt damit die halt möglichst auf ich habe ja zwei satie sport bars weißt du ich habe die von atx die eine die ist so wie die strength shop die ihr habt das heißt die griffe gehen nach vorne die scheiben gehen nach unten so ungefähr ein bisschen werden sie trotzdem nach vorne geschoben und dann noch so eine klassische wo halt die griffe und diese scheibenaufnahmen auf einer linie sind und wenn du die dann so greifst dann sind da halt schon die scheiben auch recht weit vorne wie bei so einer frontkniebeuge auch das heißt wenn ich dann noch aufrechter beugen möchte wirklich frontkniebeugen mäßig dann nehme ich einfach die andere stange aber bei mir ist es eh mit beiden katastrophe von daher ja ja ich habe gestern festgestellt bei mir auch nein läuft eigentlich gar nicht so zufrieden aber ich habe eine passende frage gerade bei dem thema hier grinchy gandalf wieso stirbt man beim kniebeugen eigentlich fast immer du hast keine pause das gewicht ist immer viel drauf auch wenn du durchatmen willst und so also ich weiß noch damals in der garage wo ich noch so richtig amazon trainiert habe und dann halt irgendwie so maximale raps gemacht habe mit also jede woche mit immer zehn kilo mehr ich habe in 150 angefangen 160 70 und so alter weißt du weil dann dann da machst du da vielleicht sogar acht neun zehn wiederholung und dann stehst du aber halt nach der sechsten wiederholung da oben und muss halt wie dreimal durchatmen und deine arme fallen schon fast ab und so und einfach nur das aufrecht stehen bleiben killt dich halt schon ja ja ich habe mir auch angewöhnt recht kurze also es gibt ja manche auch powerlifter die stehen dann wirklich lange ich versuche wirklich so kurz zu stehen wie möglich also so kurz wie möglich damit ich und und ich mir die nächste wiederholung zutraue weil ich halt einfach gar keinen bock habe da so übelst lange zu stehen aber ich mache auch nie mehr raps als fünf das ist so heftig dein puls der geht nicht mehr runter das ist richtig brutal aber was ich auch immer geil finde ist wenn ich im fitnessstudio bin und die siehst leute dann am squat rack und wollen dann kniebeugen nehmen sich dann heraus und laufen so acht meter nach hinten wo du denkst so alter sicherheitsablagen sind keine mehr da wo du stehst und du hast schon einen halben marathon gemacht irgendwie mach das mal mit viel gewicht hast auch keinen bock mehr danach zu beugen noch dann läufst du wieder zurück und gut ist ja ist auch immer dieses wenn die leute mit so einem ausfall schritt rausheben das erste was man das passiert so relativ oft normalerweise bin ich dann so okay kommt auf deinen training stand an ob man überhaupt was sagt aber manchmal ist es dann so okay stell dir mal später vor du hast jetzt wirklich ein paar mehr wiederholungen gemacht und es ist wirklich schwer gewöhnst dir einfach gleich an mit zwei stabilen füßen unter der stange es raus zu heben und auch wieder rein zu laufen das ist auch mein ding mit anfängern aber wenn ich die kniebeugen beibringen ich finde weil du hast es so oft weißt dann dann machen sie mit leeren handelstange und nehmen sie die handel drücken sie über den kopf und legen sie ab und ich sage immer gleich alter stell dir vor es wären 100 kilo immer ja immer ich sage immer stell dir immer vor es wären mindestens 100 kilo weil dann machst du keinen scheiß und dann wirst du schon beim aufwärmen wärst du nicht dann mit dem kollegen quatschen nebenher und was für sich was machen sondern immer sauber das machen und gewöhnst dir halt die perfekte technik immer an und je öfter du die perfekte ausführung übst desto besser wird es halt auch auf dauer ja 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 bin ich auch voll dabei ich finde momentan aber für mich auch eher ich habe irgendwie einen krassen psychologischen stress durch die kniebeuge halt wie du schon gesagt hast gewicht liegt halt immer auf die drauf du kannst du nicht weglaufen und eventuell kannst du nicht mehr wieder hochkommen und ich weiß nicht in letzter zeit bringt mich das eher zu der annahme zu sagen so keine ahnung das kniebeugen mich fast umbringt oder ich immer fast sterbe weil ich halt schiss habe so richtig dumm also das das ändert sich wahrscheinlich auch wieder aber einfach öfter schwer trainieren ich glaube das ist ja das krasse wenn du eine zeitlang irgendwie leichter trainiert hast und das erst mal wieder drauf packt die spannung die man da braucht das ist ganz was anderes aber du hast doch die 260 ohne sicherheitsablagen gemacht unten oder nee pass auf kranke story die combo racks von atx die haben ja sicherheitsablagen das ding ist aber wenn du eine powerlifting stange hast mit diesen ganz leichten kragen wenn du kragen diese ganz dünnen das sind wirklich millimeter auf beiden seiten und ich habe das im warm-up schon geprüft ich bin im warm-up einmal drauf gehauen und ich dachte junge wenn ich mit 260 da drauf hauen ich keine ahnung was dann passiert weil du da mit der einen seite natürlich viel höher ist dann kannst du eigentlich nur noch ablassen es ist und auf dem weg nach unten denkst du ja schon hoffentlich stehe ich mittig weißt du weil ich habe auch noch die stelle ein bisschen eingeklappt um halt best beim rausgehen nicht dagegen zu hauen weil das dann ja auch schon ein problem ist natürlich so ein ding man gewöhnt sich dran das war jetzt das zweite mal erst dass ich mit dieser combo rack gebeugt habe aber das war schon immer im kopf drin so dass man da jetzt eventuell gleich drauf haut und das nicht nicht dann wahrscheinlich die beste sache so beim runtergehen zu denken war hoffentlich knallt das jetzt nicht wenn ich auf der und der höhe bin und ich fall dann um oder so keine ahnung aber ich muss also ich muss ich lasse mich auch selten spotten links und rechts durch leute die da sind ich will einfach immer die volle kontrolle selbst haben können und ich weiß ja wenn ich nicht hochkomme oder so dann setze ich mich wieder ab und lasse das gewicht nach vorne in die safeties fallen ich bin safe mir kann nichts passieren und das ist halt das was ich brauche und auch spotter können eben versagen wenn ich jeder spotter ist halt geschult und weiß genau wie er greifen soll und bei 260 dann weiß ich nicht ob man das dem überlassen möchte und ich habe echt keinen bock also beim training bin ich da echt vorsichtig habe keinen bock mich zu verletzen im training und da lege ich dann überall in allen übungen viel wert drauf dass ich da sicher bin auf jeden fall ist dann kann ich auch nur jedem empfehlen wenn ihr die möglichkeit habt euch irgendwie zu sichern im training so auch wenn das gewicht vielleicht nicht so viel ist oder so es kann immer irgendwas passieren und dann wirst du unter dem ding begraben also nimm dir diese diese dieses risiko einfach indem du dich in einen sicheren preis begibst das ist ein vorteil von der text power war weil die hatte so richtig dicken kragen da sind die scheiben so weit außen dann ist es echt schon mal ein kleines problem und wieder auch ein nachteil wenn du halt ein sehr breites rack hast und dann diese den dünnen kragen wie bei der aleiko rogue power bar und auch die symbol products die esküme stangen die powerliften stangen haben es auch das ist natürlich an sich geil das hast viel platz für scheiben aber da habe ich auch mit ein paar athleten dann echt wieder gewechselt auf die text power bar weil die halt bei jedem mal draußen rein laufen immer mit den scheiben gegen das ding gestoßen sind und bezüglich spotter da fällt mir ein ich habe eine studie gemacht gehabt da habe ich mit footballspielern trainiert gehabt und der eine war schon gut stark damit zwei 60 auch gebeugt auch auf wiederholung nicht nicht ultra ultra tief aber halt schon aber auch krass einfach und beim ablegen hat einfach der eine von der einen seite halt voll die stange so genommen und hoch weiße zum reinlegen und ihn dabei halt voll rüber geschoben weil der andere stand einfach da und hat geguckt und der und ich bin hinten dran ich nehme gleich so und wir halt beide halt so links weiß mit dem bein an die sicherheitsablage dran sondern halt das war schon heftige nichts passiert aber krass das sind ja das sind so sachen und ich meine auf dem wettkampf später stehen ja genug leute um dich rum im zweifelsfall die werden die schon irgendwie hoch oder ich habe auch der vorteil von einem power rack im vergleich zu einem squad rack wie ich jetzt habe ich bin früher ich glaube drei oder vier mal in meiner garage nach hinten umgefallen mit der stange und bin halt dann an die hintere an den hinteren pfeiler dran und von da aus damit so eine beinpresse einfach hoch weißt du wie so eine hackenschmitt kniebeuge mit der stange an dem rack entlang hoch bei der letzten wiederholung aber ja ohne ohne sowas ohne ein rack wäre ich dann auch umgefallen mit dem dinge habe ich das habe ich beim bankdrücken auch schon gehabt also dann gegen hauen und dann irgendwie hoch gegrindet des todes weil man nicht sterben wollte jan 1407 fragt kommt es drauf an kommt immer drauf an gibt es übrigens die t-shirts ich habe jetzt gemacht weil alle wollten irgendwie t-shirts haben es kommt drauf an und ich habe da zwei verschiedene designs gemacht ich fand es ziemlich schwer nur mit text irgendwie ein cooles design zu machen und das eine was jetzt geworden ist hat so ein bisschen run dmc style mit den zwei roten linien ähnlich wie beim logo von kraftraum podcast auch in der mitte stand mit der mitte dann das kommt drauf an und drunter noch mal kraftraum podcast und dann kam direkt eine nachricht von einem mädel irgendwie sieht aus wie das ratio farm logo kennst du das ja also ich kenne das t-shirt auch von dir orange linie und klein geschrieben ratio farm drin es kommt es kommt auch an das haben wir hier dann noch so auf jeden fall noch mal das bvdk thema da haben echt viele nach gefragt ich würde einfach mal kurz ein paar sachen noch dazu sagen mein video wurde ja gelöscht das hat damit angefangen dass ein dass sie auf der letzten junioren deutschen meisterschaft also ein paar witzige kandidaten unter anderem ein kaderathlet und auch funktionäre vom bvdk also offizielle hals und shirt getragen haben vorne läuft equipped lifting und dann wenn man sich umdreht raw durchgestrichen eigentlich ganz lustige aktion fand ich witzig fuck raw also ich muss ehrlich sagen so weil ich bin ja auch jemand ich ich nehme das voll mit humor mich huckst auch gar nicht identifiziere mich ja auch gar nicht damit das greift ja nicht mich an oder so aber es ist halt doof in diesem kontext einer einer meisterschaft praktisch muss man hier mal licht hochfahren irgendwie bin ich total dunkel habe ich das gefühl auf meiner kamera hast du staub weggemacht bei der lampe da habe ich den staub weggemacht ja nur dass sie mir so ein bisschen das gesicht leuchtet damit ich nicht ganz dunkel bin nachher wo war ich stehengeblieben so und ich habe das in dem video angesprochen zehn minuten total objektiv keinerlei beleidigung ich habe meine perspektive einmal dargelegt und habe das so ein bisschen diskutiert und auch betont dass ich nichts gegen equipped lifting habe und das liebe aber ich einfach mich als auch als kaderathlet in der situation sehe das anzusprechen weil das ein klarer verstoß gegen die verhaltensregeln des bvdk ist und so durch funktionäre des bvdk und wenn ich es nicht anspreche dann spricht halt keine ahnung so video hat glaube 8000 klicks gemacht und 1200 interaktion oder so war halt übelst beliebt sogar auf den samstag und samstags in solche videos gehen bei mir eigentlich gar nichts und ich glaube gestern guck dich so rum und es ist gelöscht nicht so guck auf meine website also auf meine e mail weil man kriegt dann immer so ein legal sondern so eine support mail von youtube da steht halt es wurde halt zu oft gemeldet aufgrund von unangemessen inhalten das funktioniert halt dann eigentlich also soweit ich das jetzt weiß bin kein experte aber so dass wenn halt viele leute zu hause sitzen und ein video melden dann guckt sich das youtube halt mal an und blockt dann wenn sie meinen das ist unangemessen die sache ist halt youtube guckt sich halt nicht wirklich an da kommen halt 30 40 50 beschwerden und dann sperrt halt youtube das und dann kann ich halt wieder beschwerde einlegen dann müsste es in theorie manuell geprüft werden garantiert wird youtube sound ich machen die werden es einfach wieder freigeben aber das video ist halt erst mal vom markt und deswegen bin ich halt ein bisschen gefrustet weil es halt so niemand mit mir persönlich kontakt aufgenommen hat um das thema mal anzusprechen bvdk hat sich distanziert auf seiner website was ich auch gut finde hat es auch als grobes und sportliches verhalten betitelt ich frage mich nur was sind jetzt mit den konsequenzen so vor allem wenn dann kritik geäußert wird auf einem komplett objektiven level wie es gemacht habe dieses video dann einfach entfernt wird man ich kann schlussendlich nicht sagen woher ich bezweifle ganz stark dass das aus richtung des verbandes kommt und irgendwie vom bvdk organisiert ist also glaube ich um gottes willen nicht auch wenn ich gar nicht an gott glaube und ich denke halt eher dass da jetzt die die das die t-shirt aktion gemacht haben sich hingesetzt haben und mein video fleißig geflaggt haben und es deswegen jetzt runtergeht was ich aber umso mehr schade finde weil das problem ja das ist dass die den sport kaputt machen und das ist ja auch das was ich gesagt habe sich zu engagieren ein keil irgendwo rein zu treiben ist halt schon mal ein problem und dann noch die kritik dazu also die haben eh schon alle gesehen den bvdk wettkampf und deutsche meisterschaft würde sich freuen wenn da 1200 leute kommen würden und interagieren also es hat jeder gesehen also entsprechend ist die ist schon das was passiert also was wichtig war schon draußen es gab noch ein bisschen eine diskussion in der bvdk facebook gruppe und im grunde haben da die meisten aber auch meiner meinung zugestimmt oder halt der meinung die vorherrschte ist ja nicht meine meinung nur die wurde schon durch viele andere auch funktionäre des bvdk so breit gegeben nur ich kann sie halt durch ein youtube video nach außen treiben und habe das halt auch entsprechend gemacht und selbst die der ich glaube einer der chefs vom sc oberölsbach also dem verein der das da unten aus ausgerichtet hat hat sich davon distanziert und gesagt es war in keinerlei maße ausge mit denen abgesprochen oder so das haben die einfach so gemacht wie gesagt trotzdem waren funktionäre des bvdk beteiligt teilweise auch welche die für die öffentlichkeitsarbeit zuständig sind ist dann halt nicht so schlau und ja ich wollte jetzt nur noch kurz irgendwie mal die möglichkeit nutzen ein kleines statement dazu abzugeben und für mich ist das dann irgendwann auch geklärt ich finde es halt nur schade weil das sind dieselben funktionäre die sich dahin gestellt haben die auch schiedsrichter hin und wieder mal sind bei wettkämpfen und da hat man natürlich einen kleinen faden beigeschmack wenn die jetzt nicht dann nachher richten sollen auf wettkämpfen naja wie auch immer ich bin gespannt was da noch so kommt wohl das thema noch mal aufgreifen was so deine so als leicht draußen stehen da so an sich ist powerlifting vor allem in deutschland halt echt einfach so ein witz generell erstmal also dass man da so ein krasses ernstes ding draus machen muss so wie unterscheiden ist das auch noch mal sondern powerlifting ist ja powerlifting ja wir sind meistens sind irgendwie sportler die weiß nicht also keine keine andere sportart das gut machen konnten und dann mit powerlifting anfangen oder halt mit ihrer eigentlichen sportart aufgehört haben dann wieder anfangen und wenn das wachsen soll und größer werden sollten die ja froh sein wenn sie so jemand wie dich haben der so ein licht drauf lenkt irgendwie weil du hast jetzt eine große reichweite und wirklich so speziell auch powerlifting sag ich mal klar gibt noch andere die haben auch viele follower und so und die machen auch mal ein powerlifting wettkampf aber du bist da schon durchgehend so mit dabei und hast glaube ich auch echt viele leute schon zum powerlifting gebracht sei es das road equipped ist ja scheißegal also es ist trotzdem nie beim drücken kreuz eben also und die gleiche wettkampf wir können im gleichen wettkampf starten auch das ist es ja die leute auf der straße würden ja nicht mehr die kennen ja nicht mehr den unterschied und ich habe mich nie dezidiert irgendwie nur für raw eingesetzt weißt du ich habe schon immer gesagt powerlifting und ich finde auch equiplifting cool ich hatte nur nie die möglichkeit mal einen equiplifter zum beispiel auf dem wettkampf zu begleiten ich habe schon viele so eine wettkampf videos gemacht wo ich die lifter ein bisschen begleitet habe was sehr cool ist ich hatte halt einfach nur die die möglichkeit dazu also ich habe halt wirklich so nichts gegen equiplifting und ich mache natürlich meine witze so muss cheating und so aber das mache ich halt weil so muss halt cheating so kann ich ja nichts dafür ich habe die regeln nicht gemacht nein aber es ist halt alles auf gewissem maße mit humor aber ja eigentlich eine doofe aktion aber das blöde ist halt das wäre ja auch alles gegessen im grunde ja wenn man sich noch so weiter ins ausschießt ich weiß nicht ob sie peilen dass man den sport damit noch mehr schadet über zeit und auch vor allem mehr aufmerksamkeit gibt also wenn man glaubt man tut mir jetzt damit was böses oder so wie gesagt die leute haben schon gesehen ich kriege da nichts ich habe da nichts von also ich kriege keinen flag durch youtube oder sonst irgendwas ist einfach nur das videos ist nicht mehr da vielleicht das auch gar nicht so schlecht schlussendlich weil man muss die sachen ja auch nicht dann überkochen wenn es nicht nur tut aber ist natürlich dann traurig wenn das auf diese art und weise geschieht ja vor allem war dein video jetzt auch nicht irgendwie so krass assi oder so dass du da voll gehatet hättest und gesagt ist voll die wixer hier und was war das für ein scheiß sondern du hast ja echt einfach nur so deine meinung hat gesagt und gesagt warum das eigentlich nicht gut ist was sie gemacht haben und auch nicht mal irgendwie jetzt jemand persönlich angegriffen sondern wirklich so okay eine jugend und junioren dm da sind viele kinder viele jüngere dabei viel mit den eltern und so weiter und dann sehen die halt sowas und auch noch bei der raw dm also das ist ja der größte witz dann weißt du so dann 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 hilft doch einfach nicht mit wenn es dich doch stört weißt du dann dann das ist ja nicht und ich finde es ja immer noch lustig so bei einer kript hätten sich auch das wäre mir aber das ist halt so doof weil es einfach kein respekt zeigt und wie gesagt das ist halt auch geklärt beim bvdk in den verhaltensregeln ich weiß gar nicht ob der bvdk da noch mal irgendwie auf irgendeine weise durchgreift ich würde es auf jeden fall begrüßen einfach nur aus dem grund dass man halt vielleicht anerkennst so dass man den sport wie soll man den powerlifting noch besser und interessanter machen wenn so eine kacke da drin und powerlifting ist halt kacke langweilig keiner interessiert sich dafür wenn ich zum arzt gehe und sagt hey ich habe den arm gebrochen ich mache powerlifting dann weiß der nicht mehr was das für ein sport ist ich sage ich mache gewichtheben so damit er überhaupt greifen kann wovon ich rede weil das kann jeder sich was was darunter vorstellen und ja naja leidiges thema und ich finde es halt so schade weil ich mich halt echt für den sport einsetzt also ich hoffe es zumindest ich versuche es zumindest und dass man dann immer so naja wie auch immer ich meine das gute an dem sport ist ja also bei raw vor allem du hast das super einfachen einstieg du kannst neben fitnessstudio das machen ja du kannst direkt anfangen du brauchst nix dafür du hast eine fitnessstudio mitgliedschaft von ein paar euro monat kannst da hingehen brauchst brauchst keine tollen schuhe brauchst keinen gürtel du brauchst keinen anzug du brauchst gar nichts kannst einfach trainieren raw ist schon was also ekyptisch schon was anderes ja und ich habe ja dem dem podcast mit andre mostowenko und da haben wir ja auch darüber gesprochen wie wir angefangen haben so und bei ihm war das ding er kam halt ein verein weil er so da hingebracht wurde von jemandem der gemeint hat du könntest da ganz gut sein und da war halt da gab es nur equipped lifting fertig und er wusste auch nicht mal dass es da raw und equipped einen großen unterschied gibt sondern das dahin und das war ganz normal dass du halt im hemd dann drückst und dann war halt erst später dass dann so gab okay ich kann das auch ohne das ding machen und ja früher war halt alles equipped ja und ich glaube die stören sich immer so ein bisschen daran dass jetzt halt einfach jeder mit raw anfängt und halt raw macht weil das ist ja noch übelst jung halt auch trennt der letzten jahre genau gar nicht lange aber andersrum kannst du halt durch raw dann leute vielleicht so equipped bringen weil das ist genau das wäre ja die hoffnung dahinter was ist das geil an equipped du kannst viel mehr gewicht hochheben richtig ganz mehr gewicht ballern ja es gab schon ein paar witzige kommentare auch auf facebook von also auch guten und älteren powerlifter die halt sagten so das ist halt das letzte aufbäumen noch mal und so was ich aber wie gesagt halt voll schade finde weil ich finde es eigentlich voll interessant als ich habe jetzt letztes mal halt okay jeder der kürzelt gemacht wird jetzt über mich lachen aber ich habe in der slingshot bankdrücken gemacht und es war total witzig weil ich halt 210 drücken konnte direkt ja so ich hätte schon bock weil ich habe auch noch einen guten freund den rené mit dem der öfter auch bei mir trainiert ist ein guter jahre erfahrener equipped powerlifter der hat mich also versucht mich schon die ganze zeit dazu zu bringen kommen wir bei uns vorbei wir preschen nicht mal in so ein hemd rein und ich habe eigentlich voll bock so ich finde es voll geil und ich kann auch verstehen warum leute das mögen ich kann aber auch verstehen warum leute das ein bisschen belächeln müssen wir uns nichts vormachen aber halt es ist halt keine ahnung ich halt auch von es gibt auch so viele andere sportarten die ich jetzt ein bisschen lustig finde so und kann auch jeder machen was er will ja und das geht mich auch gar nichts an ich mache diesen sport nicht aber eventuell irgendwann mal und ja vor allem ich finde powerlifting zu schauen macht fast nur equipped spaß weil da siehst du so die richtig kranken schweine weißt du und raw okay macht auch spaß aber schon krasser wenn jemand so klein ist und damit 350 kilo raus läuft oder sowas schon ab also weißt du wenn ich mir das jetzt im fernsehen anschauen will der kopf gleich so platzt und so und sich so abquält um runter zu kommen zieh das gewicht zieh ja ich komme nicht weiter muss mehr gewicht drauf und ich meine weißt du anders rum die ganzen raw leute die das so meinen so nur raw ist wahres powerlifting und wahres heben und sowas und dann pressen sich in die engsten sleeves rein und was für sich was um da noch ein paar kilo rauszuholen das genauso nicht raw ich meine das habe ich ja bei uns in der gruppe gesagt gehabt weißt du wenn jetzt ein leichter der mich fragt irgendwie so ein kugelstoß oder so der halt vielleicht mal reband bandagen anzieht oder sowas die halt nichts bringen mich dann fragt wie viel ich maximal kniebeugen macht dann muss ich überlegen mir mal zweimal ob ich dann sagt ja 202,5 habe ich gemacht aber da hatte ich halt einen krassen gürtel an ich hatte meine spds an die halt schön eng sind ich hatte meine gewichtheber schuhe ich hatte meine handgelenks bandagen hatte meine gute stange alles musste passen weil es so und die gehen halt an irgendeinen rack mit einer stange machen gewichte drauf machen so ist es und da habe ich mich auch zum beispiel extrem von entfernt wenn du mir jetzt sagen würdest du geh mal ins macfit du hast dein equipment nicht dabei was beugst du denn dann bruder ich beuge gar nicht weil ich mich kaputt mache also jetzt ich gehe schon davon aus dass ich recht viel auch auch ohne equipment beugen kann aber halt es ist halt mein sport und das sind halt die regeln in meinem sport deswegen nutze ich die natürlich auch und es wäre ja quatsch wenn ich dann sagen würde ja ich bin der krasseste ich mache es mir noch schwerer und beuge ohne sleeves und ohne gürtel ja so es hilft nichts und da sind wir halt alle irgendwo da muss man dann sagen okay nacktes powerlifting nackt im wald mit baumstämmen das wäre dann so keine ahnung ich meine der sprinter rennt auch schneller mit seinen spikes und der rennradfahrer fährt auch schneller mit seinem guten fahrrad aber da müssen die leute halt auch irgendwie erkennen dass halt das doch unterstützend ist hast du mal football handschuhe gesehen ja kleben weiter ich habe welche für die sogar für den winter welche geholt einfach zum gucken ob es gut geht und die sind ja über ist krass klebrig da kannst du was anfassen es bleibt einfach ich weiß ich weiß auch warum warum oder backhand so krasse dinge anfangen kann man wenn er so eine wenn er erstmal seine hand acht meter lang ist und dann auch diese klebrigen handschuhe ist auch equipped football oder die handballer mit dem harz ich meine das ist auch sowas ja kreide ist übrigens so machen und dann bleibt der ball hängen ja das ist schon lustige thema na gut vielleicht können wir können wir ein stück weiter was haben wir hier denn noch so schön ist insanity 2019 werdet ihr da sein teilnehmen bild video material liefern was sind mit dir damien ich will teilnehmen und dann werde ich auch da sein gucken dass ich dieses jahr ein bisschen früher anreisen kann und ein bisschen länger vielleicht bleiben kann so insgesamt drumherum ja ich denke video werde ich nicht wirklich machen ein paar fotos werde ich machen weil ich halt die kamera ihr dabei habe aber video glaube ich nicht aber ich werde wieder ein podcast irgendwie machen da werde ich schon irgendwie gucken dass ich was cooles machen kann dort ich glaube das letzte mal war auch ganz cool so mit der atmosphäre noch von dort und ja einfach mal gucken was geht so ja ja bei mir im grunde dasselbe wie immer ein paar coole videos machen es kommt drauf an wenn ich selber starte dann ist natürlich schwierig videos zu machen aber irgendeine lösung findet sich irgendein content wird auf jeden fall kommen und mal schauen was man da machen kann las hat ja letztes mal auch noch einen kameramann dabei sein bruder oder cousin vielleicht kann man den wieder engagieren ein paar euros also das darf man auch nicht vergessen die sachen sind auch nicht umsonst die sind dann nicht drei tage den ganzen tag und wir investieren dann schlussendlich geld und das dann auch wieder irgendwie den sport zurückzugeben aber ist überhaupt nicht schlimm weil wir dadurch auch wieder coole videos machen können selber davon profitieren aber ja irgendwas geiles auf die beine stellen auf jeden fall so ein paar lead interviews das das finde ich halt cool von den wettkämpfen zu machen weil man halt diesen nicht nur dieses video hat da liftet jemand da kommt krasse musik und mal ein paar szenen hinter den kulissen sondern ich könnte mich dann hinsetzen 20 minuten mal mit jemandem schnacken und so ein bisschen die historie und seine trainingsgeschichte ein bisschen auf aufholen das finde ich macht sehr viel spaß und das würde ich denke eigentlich bei jedem wettkampf gerne machen aber weil am schluss eine kniebeuge ist halt immer eine kniebeuge ob da jetzt 100 oder 200 oder 300 raus sind ist halt trotzdem eine kniebeuge sieht immer gleich aus und das habe ich ja auch versucht gehabt bei dem minsanity letztes jahr mit jemandem der so ganz am anfang mit dabei ist so die ersten wettkämpfe gerade macht dann eben dann der jeffrey potzowai der halt schon urgestein ist im deutschen powerlifting so dann jemand der als betreuer mit dabei ist dann der veranstaltungsort inhaber mit dabei noch einfach so einen überblick mal zu geben ja von allen perspektiven das mal so ein dann mitzubekommen wie es da läuft ja und jeder der nicht da war bisher der muss auf jeden fall hinkommen also ich kann es euch nur empfehlen die atmosphäre ist sowas von krass ihr habt danach so bock zu trainieren also wirklich wer motivations boost braucht geht zum minsanity und nimmt die ganze energie auf wie so eine genki damma ist schon das geilste wobei du kennst genki damma gar nicht oder bruder krieg jetzt dislikes wenn ich nein sag gib mal dislike jetzt wenn ich wenn ihr so weit seid hier ich habe leider nie ist dragonball oder ich habe nie dragonball sachen geguckt ja so ein bisschen ganz am anfang also pass auf stell dir vor ultra krasse gegner er alleine kriegt den nicht besiegt hat eine technik da kann er die arme in den himmel hochstrecken und dann kriegt ja die energie der natur und der lebewesen um ihn rum so und dann gibt es halt den ultra krassen kampf am schluss oder noch gott zu allen menschen spricht und halt sagt wir brauchen eure hilfe und das geht erstmal nicht und dann kommt halt so ein ein influenza im endeffekt und nimmt dann die kann dann trotzdem zu allen menschen sprechen und sagt dann hey ich kämpfe gerade für euch obwohl das nicht macht und brauche eure hilfe und alle strecken die arme hoch und dann kriegt der andere halt einfach die riesen energie geliefert so weißt hat so eine riesen energiekugel oben und haut den halt weg damit dass sie gegen die damen also jetzt verstehe ich energieaussorgen und das machen wir ja auch beim wettkampf also die meisten können im wettkampf doch ein bisschen mehr weil halt jeder die anschreit und so und das ist halt beim insanity echt krass also da pusht man sich schon immer mehr erst ganz anderes gefühl auf jeden fall alle anschreien man also ich habe ja auch den direkten vergleich so von insanity und anderen wettkämpfen und da ist das ist schon du bist einfach stärker du bist so bist du einfach das ist halt ist halt bewiesen ich habe auf jeden fall kurt angle ich weiß nicht ob er den jetzt scharf nimmt wahrscheinlich nicht ist es american gladiator ich glaube kurt angle war mal eine american gladiator und dann war wrestler in der wwf und wwe später okay das witzige ist ich habe den früher übelst gehasst beim wrestling weil ich den voll gay fand aber jetzt feiere ich den weil der muskeln hat no homo von er full homer was ja ich muss mal ganz schnell pipi ja geh mal ruhig ich lasse die tonaufnahme laufen aber ich mache die videokamere kurz aus und mit der anderen nach okay dann gehe ich jetzt mal kurz im vollbild dann suche ich mir mal eine schöne frage frage frabe frage frage raus was haben wir hier denn so schönes vielleicht kann ich auch was erzählen was damien nicht hören soll aber ich weiß nichts okay eine wirklich wichtige frage habe ich und die ist auch nötig mit besonderer ernsthaftigkeit zu bearbeiten und zwar von elmato grun was ist wichtiger 50er bizeps oder 100 mehr im total in meiner jetzigen situation hätte ich lieber den 50er bizeps und zwar aus dem grund dass es auf dem wettkampf wesentlich beeindruckender aussehen würde wenn ich das was ich jetzt mache mit dem 50er bizeps machen würde wohingegen 100 mehr total mich halt immer noch nicht gegen sascha stellebach gewinnen lassen würden scheiße fuck warum bin ich so weak gut damien ist zurück und eine sehr interessantere frage interessantere frage ich weiß gar nicht ob wir so viel bock haben eigentlich darüber zu reden aber warum nicht resümee zum dkka summit dann fang du mal an ja ist eine lange geschichte und ich wollte eigentlich nicht mehr darüber reden aber schlussendlich bin ich recht unzufrieden mit der geschichte so wie sie gelaufen ist und das hat eigentlich total simple gründe und zwar muss ich ein bisschen weiter vorne anfangen und wurde ich angefragt ob ich da mitmachen möchte mit einem vortrag habe dann zugesagt ich fand es cool cooler gedanke zu dem zeitpunkt sollte dkka noch geld kosten und hinter einer paywall stattfinden eben man kauft sich seinen zugang man darf vorträge gucken das heißt du weißt was du bekommst und ja bekommst das dann eben auch hoffentlich dann entsprechend gut in guter qualität geliefert also deadline waren gesetzt ich habe losgelegt meinen vortrag zu machen das war jetzt über einen längeren zeitraum aber zwei monate dazwischen ungefähr und mein vortrag war schon fast fertig also der war schon in bearbeitung da habe ich das erste mal davon gehört in der mail auch total nebensächlich nur also nichts offizielles und keine ansprache oder irgendwas sondern einfach nur so ach ja nebenbei denkt dran wenn ihr das anwirbt der erste tag wird kostenlos sein ich so hä wieso kostenlos also ne man muss sich jetzt fragen wenn du dir gedanken darüber machst so einen vortrag zu machen was willst du in diesen vortrag reintun ne für wen ist der nachher zu sehen ist der für leute zu sehen die halt also für jeden oder ist der für coaches oder ist es für leute die dafür bezahlen dann willst du natürlich auch entsprechende qualität liefern oder ist es halt für leute die das umsonst gucken können zu dem zeitpunkt habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht ich dachte ja ist mir egal das ding ist eh fast fertig ich lade es jetzt hoch dann ist das halt for free am ersten tag kein problem dann ging es los die dinger kamen online und ich habe mich halt dann oder ich habe dann halt gesehen dass wenn du das for free gucken wolltest du dich anmelden musst und anmelden bedeutet in dem fall es ist nicht mehr for free weil du deine informationen dafür preisgeben musst und in einem e-mail filter landest an denen dann spam ausge denkst du wenn ich schon ein bisschen macht nichts ich erzähle einfach weiter alles easy kleiner rastet übelst aus gerade tell me das kleiner rastet aus bei dem thema wo war ich stehen geblieben genau dass wenn ich jetzt werbung dafür mache dass es kostenlos ist sich alle die von mir kommen in diesen newsletter eintragen müssen beziehungsweise in diese mailing list ne und damit ist es ja auch nicht mehr for free und damit war ich dann in dem zeitpunkt halt einfach nicht mehr cool weil ich mir dachte entweder es kostet geld und jeder weiß was er bekommt und kauft es und ich kriege natürlich auch eine provision aber mir persönlich ich habe da da verdient man kein geld mit da müssen wir uns nichts vormachen also dass es mir nicht ums geld geht ist klar oder sollte hoffentlich klar sein und wo war ich jetzt stehen geblieben du zahlst dann praktisch nein du kannst es kostenlos sehen indem du halt deine daten angibst die daten landen dann in einem großen marketing pool also nehme ich zumindest an können dann benutzt werden für phishing mails und was sonst nicht alles weil du ja jemand bist der sich für sport interessiert so funktioniert ja ganz basic marketing das ist also zu tag eins umsonst damit wir informationen bekommen eine möglichst große newsletter base aufzubauen ich unterstelle das jetzt einfach mal aber so wird es wahrscheinlich tatsächlich sein und du kannst es dann halt am ersten tag umsonst sehen guckt man eh nicht alle kann man gar nicht und dann kannst du dir das paket halt kaufen und damit war ich halt davon war ich halt ein bisschen pisst so weil ich jetzt halt echt eine krass billige werbung war in dem fall weil wenn ich jetzt an meine Leute raus also an meine an meine kanäle raushau hey zieht euch meinen vortrag an da habe ich mir voll mühe gegeben geht eine stunde über psychologische themen weiß ich den wollen dann ja auch ein paar leute gucken so und ich gebe dann aber deren also deren mails weiter an einen dritten der damit geld verdienen kann und das passt mir halt nicht so das ist halt einfach prinzipiell für mich nicht cool wenn es nicht im vorfeld abgesprochen war das war es nicht ich habe keine info erhalten also habe ich mich dazu entschlossen das war hinter einem passwort praktisch das passwort über instagram an die weiterzugeben die es haben wollen ich habe also einen post gemacht oder eine story gemacht wenn ihr das sehen wollt mein vortrag läuft da und da wenn ihr das passwort haben wollt schreibt mir eine mail also eine direct message das haben dann auch ein paar gemacht ich habe das passwort weitergegeben haben es geguckt kam natürlich eine nachricht von der dkka dass das nicht cool ist und dann meinte ich halt es auch nicht cool uns zu locken mit dem vorwand eben dass es halt nur hinter der paywall stattfindet denn auf einmal ist es doch for free aber nur wenn die leute die von euch kommen das ist halt einfach so dann ist man nur noch ganz ein ganz billiges werbeding dann war das für mich halt geklärt dkka hat sich bei mir entschuldigt hat gesagt hey also in der mail dann das ist bei uns intern was schief gelaufen da hat falsche informationen stattgefunden wir haben das jetzt intern geklärt und wir entschuldigen uns bei dir dann war das halt für mich so gut glücklich bin ich trotzdem nicht weil ihr habt trotzdem jetzt sau viele Leute für eure mailing list wahrscheinlich durch mich bekommen und ich bin jetzt einfach so abgespießen aber okay hab's einfach vergessen dann hab ich aber mit Damien noch ein bisschen mehr geschnackt und auch mit anderen Referenten dass es halt eine ziemlich ähnliche Story war und Damien im Speziellen eben auch und das hat mich dann richtig pisst gemacht so ne ich hab's trotzdem wir haben's trotzdem ignoriert wir haben uns ein bisschen aufgeregt darüber Damien und ich aber und auch andere auch also wir haben uns ein bisschen ausgetauscht mit anderen bei denen es eben genauso ablief ob's jetzt bei allen so ist keine Ahnung haben uns eigentlich dazu entschlossen das Thema ruhen zu lassen aber es kam jetzt besonders in den letzten Tagen sehr viele Nachfragen weswegen wir einfach dieses Video machen und ich wollte jetzt einfach mal darstellen wie es aus meiner Perspektive aussieht kann sich ja jeder dann sein eigenes Bild machen und bisher kamen eigentlich auch keine also keine Maßnahmen aus der anderen Richtung die gesagt haben okay lass uns das nochmal aufklären oder so nochmal drüber reden sondern es wurde nur genau das zugegeben was zugegeben werden musste dass es nur bei mir ein Fehler war obwohl es halt bei anderen auch ein Fehler war was wir dann rausfinden konnten und all so ein Spielkram das fuckt halt ab weil man halt einfach benutzt wird für Werbung dann in dem Fall für billige saubillige Werbung und das regt dann einfach auf ja das ist mein und ich weiß nicht der Summit an sich der ist ja trotzdem gut also je nachdem was du dir da rausholen willst die Vorträge sind ja vorhanden und so weiter mein Vortrag ist dadurch ja nicht schlechter der von Damien ist dadurch nicht schlechter trotzdem hat es halt einen ganz faden Beigeschmack weswegen ich halt kein Interesse habe weiter erstmal über das Thema zu reden und zweitens auch überhaupt irgendwas mit DKK zu machen ja soll ich jetzt anfangen entsprechen diese Vorwürfe der Wahrheit ja also vom Prinzip her sah es ja bei mir ziemlich ähnlich aus also ich wurde auch gefragt und dachte so okay ich bin ja so grundlegend immer erstmal skeptisch bei allem und DKK war mir vorher auch schon mal ein Begriff und ich hatte halt immer nur so gedacht die nehmen sich da sehr viel vor und wahrscheinlich am Schluss wird es dann doch so umgesetzt wie es halt bisher die ganzen Institute auch machen mit Fitnesstrainer, B-Lizenz und so weil man halt da einfach sich zu viel vornimmt und klar wäre es geil irgendwelche Leute dann monatelang bei sich zu haben und die zu coachen Mentorship zu machen und sowas aber es würde nicht funktionieren in der Realität aber gut das ist ja was anderes nochmal und dann wurde ich gefragt ob ich da mitmachen möchte und ich dachte so gut vom Prinzip her klar warum nicht habe aber gleich auch gefragt wer da noch so mit dabei wäre weil dann hieß es halt ja top andere Referenten oder Dozenten noch und sowas und ich habe halt gleich mal nachgefragt wenige hatten bisher zugesagt gehabt ich sage mal so im Nachhinein sind ein paar Leute mit dabei mit denen ich nicht unbedingt so gerne die Plattform teilen würde wenn ich nochmal die Wahl hätte das ist auch nochmal so ein Punkt weil du halt nicht genau weißt wer da noch mitkommen wird aber das ist ja auch nur persönlich für mich so und ich habe aber auch immer gedacht so klar egal was da jetzt läuft und was die anderen machen solange mein Vortrag gut ist dann brauche ich mich da auch nicht verstecken und was bei mir halt am Anfang noch so anders oder unklar kommuniziert wurde war halt für wen soll denn das sein weil es hieß thematisch kannst du machen was du willst und Online Fitness Summit klingt für mich halt so das ist jetzt für Leute die selber trainieren dann dachte ich so okay habe ich mir natürlich Gedanken gemacht ziemlich lange was mache ich jetzt für einen Vortrag ja also wenn ich mir selber aussuchen muss was ich machen muss dann ist es immer schwer weil ich halt so viele Möglichkeiten habe und nämlich nicht genau weiß was ich machen soll gut dachte ich mir so okay irgendwie klassisch Powerlifting oder so mache ich jetzt mal nicht sondern ich gehe mal vielleicht ein bisschen grundlegender so ganz nach meinem Motto es kommt drauf an aber die Grundlagen oder die Basics sind alles sage ich ja auch immer gehe ich mal das so an und sage halt so die fünf Säulen des sportlichen Erfolgs was muss denn alles stimmen dass man langfristig Erfolg haben kann so wirklich komplett absoluten Basics und ja dann war es halt auch so dass ich irgendwann rauskristallisiert hat weil ich dann gesehen habe was die Themen bei den anderen Leuten sind so hey das wird für Trainer sein und gar nicht für für Fitnessleute selber so dachte ich so okay gut mein Vortrag passt trotzdem noch vom Thema her so weil das sind ja Sachen die müssen wir bei jedem Kunden dann auch beachten und so was mir dann schon nicht ganz so gut geschmeckt hat war dann irgendwelche Texte die ich dann sehen konnte so die halt diesen typischen Marketing Slang so haben so wirklich so dieses ja dieses Marketing aus den USA irgendwie das ist für mich immer so klassisch Ami Marketing ich weiß nicht da stehe ich halt nicht so drauf und auf jeden Fall war es dann auch irgendwann so ich habe einen Vortrag so gut wie fertig gehabt und dann auch gesehen wie Pascal eben auch wird am Anfang kostenlos sein und das wurde mir halt auch nie so gesagt ja da habe ich halt auch eine E-Mail geschrieben ich so oder eine Nachricht geschrieben ich so hey habe ich da irgendwie was verpasst oder so dass der jetzt kostenlos sein soll am Anfang da habe ich auch nichts dagegen also ich meine der Podcast den ich mache ist komplett kostenlos im Endeffekt alles was ich mache ist ja kostenlos für die Leute das einzige wo ich vielleicht minimal Geld verdienen kann ist über die T-Shirts oder so wenn ich mal das supporten möchte alles andere ist kostenlos also ich habe damit kein Problem auf jeden Fall ja das war doch von Anfang an schon klar und sowas und das war es halt eben nicht ich habe ja die ganzen Nachrichten auch noch und die Sprachnachrichten und so ich kann ich habe das ja also ich habe da nochmal reingeschaut und sowas und dann haben wir es auch nochmal geguckt und gemeint oh ja das ging wohl unter wir haben so viele Leute angefragt und so oft das erzählt dann haben wir das wohl vergessen also ich will ja niemandem was unterstellen für mich kommt es aber so rüber die hatten halt sich gedacht okay wir machen das hier in einer Paywall haben dann irgendwann gemerkt so hey wir kriegen da irgendwie kaum Anmeldung damit oder das wird nicht funktionieren lass uns den ersten Tag kostenlos machen ist ja auch alles kein Problem erste Summit die machen das alle zum ersten Mal ich mache das auch zum ersten Mal ich bin da ja komplett offen wenn die sagen hey passt auf irgendwie haben wir uns verschätzt das läuft doch nicht so gut wenn wir das so machen wir müssen das wahrscheinlich am Anfang kostenlos machen passt das für euch hätte ich gesagt ja klar kein Problem aber genau dann das im Nachhinein so zu merken erst und dann nicht mal von denen es zu erfahren sondern halt selber durch irgendeine Werbeemail oder Werbenachricht von denen oder einen Social Media Post zu sehen finde ich halt irgendwie ein bisschen scheiße und ja ich habe dann gesagt okay mein Vortrag ist eh schon fertig meine Zeit ist eh schon investiert das heißt ich mache das jetzt weiter weil warum soll ich das jetzt zurückziehen ja das will ich ja auch nicht weil ich wusste ja nicht vielleicht hat jemand den Vortrag oder dieses Paket sich gekauft unter anderem weil sie meinen Vortrag sehen wollen dann will ich ja nicht den Vortrag zurückziehen dann heißt es hey der Damien hatte zugesagt das ist doch nicht mehr da und ich habe dafür bezahlt und kann es nicht sehen das finde ich blöd das wollte ich ja auch nicht haben ja und im Endeffekt fand ich halt die Qualität insgesamt der Vorträge so im Großen und Ganzen irgendwie nicht so geil ja also weiß nicht ja also ich bin einfach ja da wurde halt einfach ich hatte mehr Erwartungen daran insgesamt ich weiß nicht ob es an mir lag dass ich mir zu viel erhofft habe zu große Erwartungen hatte oder ob es einfach daran lag dass es wirklich dann irgendwie am Schluss nicht so toll war wie es hätte sein sollen oder können aber insgesamt ja fand ich einfach die Kommunikation hintendran hätte einfach komplett offen sein sollen von Anfang an und man kann ja auch sagen hey wir machen das zum ersten Mal wir werden hoffentlich auch nicht wir werden damit auch nichts verdienen oder halt ein bisschen was verdienen oder so oder was das Ziel genau ist aber für mich kam es rüber wie eine große Aktion um halt E-Mails zu sammeln ja und von daher das finde ich nicht geil genau wenn man einen Vortrag sehen möchte sagt Bescheid ich habe ihn auf YouTube und umgelistet also daran soll es nicht liegen ja ich sehe es halt genau so also das ist halt der fade Beigeschmack einfach dass man dann genutzt wurde um halt ich wurde benutzt die Reichweite zu generieren ich wurde benutzt das hätte ja locker gereicht also wenn man jetzt währenddessen während der Vorbereitung bemerkt hey lass uns doch den ersten Tag ähm umsonst machen ne auch hinter einer Mailinglist oder so wenn man das offen kommuniziert ist doch alles cool dann weißt du ja auch wo ich bin ne dann würde ich sagen okay Leute alles gut ich unterstütze dieses Vorhaben ihr habt ja großes vor ich finde das cool ähm und daran soll es überhaupt nicht hapern ne aber halt nichts zu hören das hat halt einfach diesen diesen Faden Beigeschmack dass man halt äh ja und im Nachhinein wie gesagt ich hatte das offen angesprochen auf in einem Instagram Verlauf mit der DKK und das hat mir halt auch nicht so ganz gereicht die haben sich zwar entschuldigt und gesagt das ist intern geklärt das hilft jetzt aber auch nicht so ne also es ist ja dann so ich man kann auch nicht mehr machen deswegen habe ich gesagt gut es ruht jetzt hiermit und wir sind durch ähm aber ich meine jetzt kam ja gerade wieder Nachricht ähm dass sie das gerne mir nochmal durchsprechen würden und sowas aber wie gesagt für mich ist die Sache auch gegessen und ich habe ja meine Meinung gebildet und ja scheißegal im Endeffekt manchmal ist halt so ja und ich meine weißt man kann ja auch von Anfang an offenerlich sagen so hey passt auf wir haben da irgendwie groß vor später mal ähm irgendwelche Lizenzen zu verkaufen und keine Ahnung was zu machen wir brauchen dafür halt aber erstmal eine Reichweite und ähm du hast ja viel Reichweite oder also in deinem Fall Pascal und meinem eher weniger aber ähm wir würden das gerne nutzen ihr könnt die Plattform aber für euch auch nutzen um halt euch zu vermarkten und dann euch irgendwie ähm zu pushen und sowas ja weil das hat man ja auch gemerkt manche hatten ja dann irgendwie einen Vortrag und haben dann halt am Anfang erst nur erzählt wie teuer sind was die machen und unten drunter stand halt drin was du kaufen kannst von denen und so oder das ja also es ging nicht darum jetzt kostenlos Informationen zu bringen wie die FIBO eigentlich auch dass man so die FIBO ist doch auch nur eine große Werbe- und Verkaufsaktion mehr ist es ja auch nicht wenn man das im Vorfeld weiß dann ist das ja okay ne wenn man sagt okay das Ding wird for free sein platzier dich selber auch als Werbung gut ne gut dann haben wir ja beide was davon die Sache ist ja nur hey hinter einer Paywall bedeutet für mich ich bin engagiert als als jemand der jetzt einen Vortrag liefert in dem es nicht um mich um meine Werbung und meine tollen Produkte geht sondern halt um Mehrwert so und der soll geliefert werden und dann ist es halt so ja wie gesagt am Ende eine Sache der Kommunikation aber es ist halt schwierig und es hätte ja wesentlich leichter schlussendlich hätte geklärt werden können und ich bin ja jemand das weiß eigentlich fast jeder immer wenn es um Sachen Sport geht die irgendwas besser machen können im Kraftsport und sonst was ich mach alles for free also was Podcast angeht sonst was ich nehm von niemandem Geld dafür damit dass ich irgendwo meine Reich also ich stelle meine Reichweite gerne zur Verfügung wenn es etwas besser macht schon immer und von daher war das für mich klar cool ich mach damit gerne weil ich kann mich auch selbst ein bisschen fordern vor allem indem ich mal wieder irgendwie was ausarbeite oder so und hab dann was davon na egal ich will mich auch jetzt echt eigentlich gar nicht so lange damit aufhalten ich glaub da auch nicht ich hab da heute Morgen erst mit einem da irgendwie noch recht lang geschrieben den ich halt so auch kenne und der da halt auch mit dabei war und so und so die halt auch ein bisschen besser kennen und alles und ich hab immer gesagt du ich hab einfach keinen Bock da irgendwie jetzt drauf groß zu labern und so weil es ist halt einfach nach dem Schluss eh nur Gerede und ändern wir jetzt eh nichts mehr also ich meine wie gesagt für mich ist gegessen und gelaufen beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall nicht mitmachen und das ist aber auch so eine Erfahrung also vielleicht muss man halt einmal so ein Summit machen um zu merken hey ist vielleicht nichts für mich oder ich weiß worauf ich das nächste Mal achten muss das ist alles Erfahrung also von daher das doofe das doofe ist aber solche Erfahrung hat man schon öfter gemacht also ich werde echt oft angefragt für verschiedenste Sachen und ich bin halt immer so ganz so unvoreingenommen gucke mir an wer macht denn das und dann sage ich okay cool das wird bestimmt gut wenn die das machen so und dasselbe also wie gesagt ist mir schon so oft passiert dass man nachher total keine Ahnung am Arsch rauskam weil irgendwas ja es ist halt immer dasselbe es verdichtet sich halt einfach dieses Bild so da will da will Reichweite gewonnen werden man soll dafür benutzt werden und keine Ahnung wie gesagt ich bin halt deswegen auch frustriert einfach weil ich mir halt denke ich gebe mir Mühe die Sachen irgendwie vernünftig zu machen auf dem ganzen Krams und man hat halt immer das Gefühl andere wollen nur bei dir sich anhängen ich meine vielleicht ist das auch irgendwo so ein Fluch und keine Ahnung aber ja frustrating frustrating mit Sponsoren dasselbe ich wollte übrigens heute auch mal über Sponsoren ein bisschen reden also jetzt so als YouTuber Supplementsponsoren und so ein Krams ich habe ja gar keine und das hat auch einen Grund und der Grund ist sehr ähnlich ja und dementsprechend frustrated about that shit naja am Schluss guckt halt jeder wo er bleibt so das ist es halt ich meine das ist auch verständlich aber ja ja natürlich ist halt immer nur schade gut wir haben eine Stunde durch wow fast reicht oder gibt es noch was was du sagen möchtest du steckst die Scheiben immer falsch rum drauf die Metallscheiben ich ich steck die Richtigung drauf die ganze Welt steckt sie falsch rum drauf vor allem pass auf es gibt Westside Loading du machst als wären das Wettkampfscheiben wo dann irgendwie Logo nach innen Logo nach außen geht nur halt mit Speichen ja halt bei Competition Plates funktioniert das so ja bei Competition Plates ist klar aber ich rede jetzt von bei den Shepard Plates da gilt die Westside Methode du lädst die halt alle falsch rum auf ne ja aber ich hab bei dir schon oft gesehen dass du eben dann halt bei der inneren Scheibe die Speichen nach innen machst und bei der äußeren Scheibe die Speichen nach außen aber hab ich jetzt aufgehört okay gut vor kurzem weil meine Erklärung warum man die so rum also mit den Speichen nach innen drauf packt ist du steckst die Scheibe ja so drauf und dann hast du halt hier dieses Ding wo du halt so greifen kannst dann kannst du die Scheibe halt also so halt gut greifen und gut halten das merkst du bei kleinen Scheiben wenn du bei 20ern wenn du die ganze Zeit machst mit einer Hand vor allem dann merkst du halt so geht es halt gut und anders halt nicht also wenn ich immer sehe dass Leute falsch rum das machen dann denke ich immer so ach und sieht doch besser aus wenn es von außen so eine flache Fläche ist ja das stimmt schon ja hast recht mach ich aber seit neuesten aber noch nicht lange muss ich ehrlich zugeben also das wirst du wahrscheinlich in einem der älteren Videos noch gesehen haben gut was hatte ich letztes Mal da hab ich doch irgendwas gesagt irgendjemand ich gebe meinen Gästen gerne die Möglichkeit nochmal was Schlaues zu sagen jetzt bist du dran dieses Mal auch wenn ich wollte gerade sagen du bist ja nicht mein Gast weil wir sind ja beide dieses Format jetzt sagst du was Nettes und was Falsches also du hast letztes Mal gesagt Pizza ist live wenn ich was Nettes sagen soll Squatte immer tief genug auch wenn das nicht für alle gilt okay Squatte immer tief genug wenn du Paulifter bist denn wir haben in jüngster Vergangenheit schon wieder sehr oft gesehen dass Leute gebrommt sind weil die nicht tief genug beugen können und ich weiß das gar nicht das hat jetzt ohne Kontext macht das jetzt gar keinen Sinn weil das nur in meinem Kopf Sinn macht aber ist egal darum geht es und noch was Falsches dazu ansonsten sei nicht immer nett sei nicht echt sei einfach nicht immer nett und der Kunde ist auch nicht immer König der Kunde kann auch ein richtiges Arschloch sein wollte ich nur mal sagen so jetzt hab ich meinen Frust aber aber das sei nicht immer nett das ist gut du kannst und darfst es nicht jedem recht machen das ist auch immer wichtig ja das muss man halt auch sehen besonders wenn man Dienstleistungen anbietet oder so man ist halt nicht immer der Gearschte aber ich behalte mir dann immer vor ich zahle halt immer Geld zurück also immer weil ich dann sage okay Leute du nimmst alles zurück und wenn noch Redebedarf ist klären wir das noch aber ich so ich hab keine Lust ich hab einfach keinen Bock naja wie auch noch aber ich bin mal gespannt ja für mich ich bin durch was hast du noch zu sagen ich bin mal gespannt wie Art man meinen Kleinen nachher dann hören wird im Video weil der halt im Hintergrund vorhin beim Wechseln so rumgeschrien hat die ganze Zeit ich versuche die ganze Zeit ihm beizubringen guck mal hier Mikrofon Mikrofon nicht schreien und jetzt bist du dran mach mal scharf hier und dann soll er sprechen und was macht er? muss man mal Video neu starten essen ja genau willst du den Mund nehmen und abschlecken ja so ich muss jetzt nochmal für die letzten 11 Sekunden eine neue Aufnahme starten weil man mich immer nur eine halbe Stunde aufnehmen kann perfekt ja dann würde ich mich gerne bedanken fürs Zuhören zu sehen und damit verbleiben ist wir uns wahrscheinlich im nächsten nett und falsch wir haben immer noch keinen richtigen Uploadplan wir machen das so hin und wieder wenn es halt passt vielleicht kriegen wir das ja hin einmal im Monat einmal alle zwei Wochen oder so das wäre auf jeden Fall cool es macht immer wieder Spaß ist ja auch cool ein bisschen noch Raum zu haben mal seinen Frust rauszulassen das finde ich gut das hat heute gut getan ja dann ist doch okay perfekt oder? Damien und ich ranten halt schon immer den ganzen Tag im WhatsApp deswegen aber ich muss sagen das macht Spaß in letzter Zeit das ist schon richtig gut ja man muss diese wie sagt man den sozialen Vergleich man muss man weiß zwar es nicht richtig aber man muss es manchmal einfach mal machen so um sich besser zu fühlen ich finde es vollkommen okay sich einfach mal vor Augen führen wie viel geiler man ist als jemand anderes machen alle wir sehen uns im nächsten Video wenn die Leute mal sagen an welchen Tagen die es dann am liebsten hätten ja ich glaube Sonntag ist echt gut dafür ja und meistens kommt Sonntag auch der neue Kraftraum Podcast oder montags je nachdem wie viel ich Zeit habe und die nächste Folge wird richtig gut kann ich euch nur empfehlen also eine Ernährungswissenschaftlerin Judith von Andrian also die ist richtig gut die hat das auch richtig ich dachte Lea die hat das wirklich studiert also wirklich die hat das studiert und die arbeitet im Profisport und an der Uni und das war nicht für mich oder keine Shots an Lea ja alles gut ja auf jeden Fall ja ich bin gespannt es war ein gutes Gespräch super haut uns in die Kommentare was wir wieder an Themen beim nächsten Mal aufgreifen sollen wobei wir jetzt auch gar keine Themen vom letzten Mal aufgegriffen haben perfekt halt wir sehen uns in der nächsten Folge Peace